so, wie war das jetzt? Guck mal hier, Pilze ohne Hände! Was waren das jetzt? Polen mit Totokorn? Sondaro, wie geht's dir? Wo war der Wasserfall? War der da vorne? Du kannst auch geradezu vom Baumstamm über den Fluss laufen, kommst zum Silber, vergesst den Abgrund mit dem Baumstamm nicht. Ja, wo ist das denn? Wie war das hier? So. Oh, noch mehr Bananen. Ich schlafe jetzt erst mal Runde und ich weiß, ich sterbe. Ich bin auch am sterben. Hier, hier rüber, hier ist es. Dann könnt ihr zwei schon mal dahin gehen, gucken, ob das euch gefällt. Können da sterben gehen. Genau, da unten. Hier zum Beispiel. Hier hast du mich dann auch immer Fische und so weiter alles und Kokosnüsse. Was? Wow! Wurde gerade getötet. Hier ist auch ein Bett. Warte, ich kann mich hier hinten. Ah ne, ich muss. Ich hab kein Leben gemacht. Das ist leer. Ich hab' so hungry. Oh, hier sind so komische Stimmen. Ja, das ist dein Kopf. Einfach so bekloppt. Ja. Echt? Ja. Der kotzt, der kotzt, alles voll ekelhaft. Ja, hier liegt eins am Wasser. Leg dich hin. Wenn du stirbst, kommst du da wieder raus. Äh, Hilfe! Was ist? Nur mit Opfer hinterlegt. Da hab ich dir in die Kotze gelegt. Ich schlafe, Gerrit. Aber meine Übelkeit ist weg, das ist gut. Der Toto kotzt aber grad auf dich drauf. Was? Mhm. Drecksau. Der hat ja den Nacken gekotzt. So, aufwachen. Essen. Du kannst jetzt schlafen? Ja. Soll ich erstmal so mal nehmen? Jetzt hab' ich Larve gegessen. Ach, jetzt brauchen wir ganz dringend. Wollt ihr, sag mal, hier erstmal ein Feuer machen? Ja, das wäre angebracht. Ja, ne? Warte mal. Ähm, Feuerchen. Ich hasse nicht nehmen. So, okay. Ausdauer hab' ich genug. Ähm. Bin... Ah, ich hab aber glaub' ich keine... Kann ich jetzt auch schlafen? Doch, hab' ich. Das Tod. Benutzen. Okay. Jetzt brauch' ich dieses trockene Blatt. Okay. Hoffentlich schafft er das von der Ausdauer. Müsste aber, oder? Ja. Okay, Feuer ist an. Ich mach' direkt zwei Schnecken rein. Ne, der ist verdorben. Ne, der ist verdorben. Wir brauchen Kokosnüsse. Ja. Ich glaub' hier sind aber grad keine. Jeden Bananen. Oh. Ja, Bananen hier, haufenweise. Ah, die Kokosnüsse. Warte, ich hab' noch das, äh, Palmenherz essen. Sehr gut. Bitte, wie kann ich ein Papagei denn aufs Feuer legen? Du musst den erstmal zerpflücken, ja. Ja, erstmal rechtsklick drauf, praktisch, wenn der liegt, und dann sammeln oder sowas. Und dann... Ah, okay. Ich hab' da den auseinander. Was konnte man für'n Pilz nochmal nehmen gegen die Hallos? Gute Frage. Ich weiß noch nicht mehr, war das... Waren das diese Leuchtpilze oder was war das? Blauer. Blauer. Ab und zu auf die Uhr schauen hab' schon nie gemacht. Was heißt denn auf die Uhr? Ja. Auf F? Ja. Da steht, was du so an Proteinen und Kram und Früchten und Durst und was du da so essen musst. Achso. Genau. Ein Stückchen Fleisch essen. Die Uhr zeigt dir halt, was du brauchst, aber das heißt so lange nicht, dass du das ja dann auch hast, daher... Ja. Die sagt dir, das musst du essen, ja, hab' ich nicht. Hab' ich nicht, geht nicht. Hier, das nicht. Ein Stückchen. So. Ich weiß, dass ich verdammt noch mal Sursi wieder, aber ich find' keine Kokosnuss. Sammeln. So. Hier oben ist ja ne Höhe. Ist da was? Ups, sieht ja. Noch mehr Ups, sieht ja. Wo ist denn jetzt die eine Schnecke? Ich hab' mir grad' ein Stück Fleisch reingepfiffen. Ich hab' mir grad' ein Stück Fleisch reingepfiffen. Fleisch? Hab' ich noch Fleisch? Nee. So. So, Speer. Geht ja aber keine Kokosnuss. Ich hab' es doch nicht. Okay, ich hab' ein Fisch. Ach, ich bin voll. Ah, warte. Kein Problem, ich nehm' deinen Fisch. Was? Ich hab' Durst. Da ist ne Kokosnuss da oben, ich seh' die ganz genau. Boah, jetzt fängt er schon an zu hallucinieren. Okay. Ich komm' da nicht hoch. So. Ich brauch' die Kokosnuss. Ja, ich hab' hungrie. Ja, ich weiß. Ich bin mit Fisch auseinander. Im Kampf... Och, ne. Ich bin im Kampfmodus. Hilfe, ich komm' nicht mal aus dem Wasser raus. Ich werd' bekloppt. Ja. Ich werd' bekloppt. Ja, und ich werd' bekloppt. Warum ist denn das Feuer aus? Ja, guck mal in den Himmel. Weil's regnet. Was ist hier gerade, Doto? Regen. Nee. Ich hab' voll den Mann im Ohr. Ich auch. Ich auch. Wir sind alle bekloppt. Aber ich hab' die Kokosnuss gesehen, die ist da hinten. So, warte. Ah. Wie komm' ich denn da hin? Ach, hier. Mhm. Jetzt will die mich verarschen. Ich komm' nicht so einen kleinen Knüppelbums hier hoch, oder was? So, Toto, hier. Was gibt's da nicht? Der haut mich denn die ganze Zeit. Was soll ich denn damit machen? Wir müssen jetzt Sachen fällen gehen. Das kann doch nicht wahr sein. Dann haben wir hier, dann geht das Feuer dann nicht mehr aus. Da muss ein Dach dann noch drauf. Aber ich hab' keine Ausdauer mehr, ich muss schlafen. Ich bin ganz rot am Kopf. Ganz ehrlich, du schaffst nicht einen halben Meter an den Stein hoch zu krabbeln. Was ist das für ein behinderter Charakter? Jetzt mal wirklich. Wie dumm kann man sein? Der Stein, der ist 50 Zentimeter hoch. Und da hinten ist die scheiß Kokosnuss, die ich brauche. Oh, zuß. Ich will nicht trinken. Was? Du musst trinken. Ich werd bekloppt. Ich muss erstmal schlafen. Ich steh mal auf. Ich steh mal auf. Ich schlaff gerade. Kann man hauen? Sterb doch einfach dazu. Au. Warte. So, okay, kannst schlafen. Hast du ein Ei rein? Das ist so behindert. Dieser Typ. Verdammt. Ohne Pilze. Ich hab keine Zeit. Ich muss zu der verschissene Kokosnuss. Alter, wirst du irre mit den Stimmen? Och. Ist eigentlich wie immer. Ja, ich wollte gerade sagen. Hat's ja nichts geändert. Eben. Vor allen Dingen hörst du jetzt, wenn du jetzt hämmerst, alles auch noch doppelt und dreifach. Ja. Oh. Man kommt nicht zu dieser Kokosnuss, ne? Es ist nicht normal. Wo ist die Hotze denn? Ich weiß es nicht. Ähm. Ich glaub, ich bin mal unter dem alten... Nee, du musst fällen gehen mit deinem Messer. Wie? Ich hab gar kein Messer. Ja, dann mach den Steinmesser. Steine. Ja, hab ich ja. So. Wird bekloppt. So, wir brauchen Holzscheite, vier Stück. Ich brauch ne Kokosnuss. Ja, schnell. Eine Kokosnuss? Ich verdurste. Und die ist genau gegenüber von unserem Lager, ist ne Kokosnuss. Ja. Man kommt da nicht hin. Wie viele Steine brauche ich dafür? Zwei Steine. Zwei. Ja. Das kann doch nicht wahr sein, das machen sie doch, um einen zu mobben, oder? Alter. Da hängt eine. Nee, das ist ein Blatt. Oh. Oh. Vor allem jedes Geräusch wird jetzt hier vervielfacht. Ja. Bei mir ist der ganz Bildschirm schon irgendwie seltsam. Ich seh die Kokosnuss doch von hier. Hallo? Hör! Ach, Gerrit! Nee, das war Toto. guck mal hier gegenüber hier siehst du das ja sehe ich da hängt eine kokosnuss ja man kommt da nicht hin da oben hin ich bin schon um ganze insel rumgelaufen hier kommt da nicht hin schatten fahrt war der kei wie geht es dir das ist doch nicht normal ja ich brauche kokos muss ja immer eine andere ich habe keine ich suchte eine warte ich suche die ganze zeit feuer feuer bei mir ist alles schon komisch hier alles komisch hier farblich gesehen anders das ist richtiges mobbing mit der kokosnuss da hinten jetzt wird sie der dunkel ja ich würde ja gerne aber gibt es keine kokosnusser da kommst du aber auch nicht hoch ne ich bin schon komplett außer rum gelaufen geht nicht weil er so ein komischer stein ist von 50 zentimetern den du nicht überwinden kannst in deinem zwei steine stein klinge ok schwer bekloppt jetzt hängt das glatt da drinnen stein und ruhe und oder und Okay, Holzscheit. Doto, die kannst du nicht fällen, die dicken Dinger da. Nee. Nee. Oh. Ja, der Host hat mich verlassen. Ja. Der was? Der Host hat das Spiel vor dem Lass. Nee, ich bin drin. Doto läuft auch noch rum. Ja. Nein. Abgeschmiert. Okay, ich rausgeflogen. Ja. Ja, jetzt, wo ich Eis habe. Was ich auf den Weg machen wollte. Jetzt mich noch mal ein. Ja, warte. Ja, mich auch. Ja, aber die Maden so essen, ja. Ja, ja, ja. Braucht noch ein Stückchen. Den kann ich gar nicht. Natürlich kannst du die Maden so essen. Au, ab. Doch. Mach ich doch auch. Die dicken oder die kleinen. Ja, keine Ahnung, ob die dick sind oder klein sind. Ja, die dicken sind diese Wabbelchen und dann gibt es ja diese kleinen Maden, die du verwunden hast. Wir brauchen auf jeden Fall Feuer. Ich habe so ein Kokosnuss-Ding, aber wir haben nichts zum Abkochen. So, wir brauchen noch Stangen. X. Rotze. Ne, ich muss schlafen. Ich habe keine Ausdauer mehr. Was ist denn da für Geräusche, weil die langsam durchdrehen? Blätterbett. Schlafen. Ach, jetzt habe ich wieder irgendwas an mir hängen. Lupe, wa? Ach, habe ich auch. Bist du da, Toto? Wer? Hängst du gerade an mir? Nee. Ach so.